Eine schwierige Aufgabe von meinem Chef. Schwierig? Eher unlösbar. Finden Sie die perfekte Immobilie für unsere umstrukturierten Einheiten in Köln. Große, aber auch kleinere Flächen. Beste Anbindung. Autobahn, U-Bahn, S-Bahn. Auch nach Düsseldorf und ins Ruhrgebiet. Und schnell zum Flughafen nach Köln. Düsseldorf. Am besten beide. Und ein Hotel für unsere internationalen Kunden. Nebenan. Staufreie Anfahrt wäre perfekt und Parkplätze nicht vergessen. Okay, ab in die City. Schöne Stadt. Nette Leute. Tolle Metropole. Aber Büroflächen? Zu klein. Zu teuer. Zu alt. Zu laut. Oder schlecht zu erreichen. Schon wieder Stau. Und kein Parkplatz. Ich brauche mal einen Kaffee. Hier muss es doch etwas geben. Aber wo? Hast du schon vom Kite am Butzweiler Hof gehört? Neues Gebäude. Tolle Büroflächen. Super Lage. Kite. Sieht gut aus. Direkt neben der Motorworld. Ein Hotel und Gastro sind schon da. Events und Freizeitangebot auch. Das wär's doch. Nur 13 Minuten von der City. Butzweiler Hof. Eigene Abfahrt. Wow. Wer ist da sonst noch so? Nette Cologne? Sparkasse? Leica? Remover? Global Player? Die wissen wohl, warum sie da sind. Ach, auch Parkanlagen und Wohngebiete entstehen hier. Wahnsinn. Ein ganz neues Quartier. Jetzt bin ich mal gespannt aufs Kite. Was für eine Architektur. Über 26.000 Quadratmeter Büroflächen. Das kann sich ja wirklich sehen lassen. Viel Grün. Sehr schön gelegen. Direkt an der Butzweiler Hofallee. Und schon bald fertig. Na sieh mal an. Reichlich Parkplätze im angrenzenden Parkhaus. Sogar Ladestationen für Elektroautos. Und das Hotel? Gibt's gleich nebenan. Wow. Gleich mehrere individuelle Adressen. Und die Grundrisse? Variabel? Groß, klein, alles perfekt. Open Space, Kombilösungen oder Einzelbüros. Alles machbar. Ja, die Büros sehen wirklich toll aus. Moderne Ausstattung. Intelligente Technik. Sogar Smart Building Funktionen. Jede Menge buchbare Services. Und alles zu fairen Preisen. So, Zeit für meinen wichtigsten Anruf. Was der Chef sagt, das passt. Ich habe jetzt übrigens auch mehr Zeit. Ich arbeite hier nicht nur. Wir wohnen jetzt auch am Butzweiler Hof. Unser neues Quartier.